Hallo und herzlich willkommen zurück auf The JoeCraft. Es gibt zwar dieses wunderschöne Community Feature auf YouTube, aber ich mache es noch ganz old school mit den Ankündigen und zwar in einem Video. Denn eben ganz kurz ein paar Informationen zu jetzt kommenden Videos, die es ab morgen leider erst gibt. Ich dachte ich schaffe es schon ab heute, aber nein, heute doch nicht. Also hoffentlich ab morgen, aber ja ziemlich sicher ab morgen, gibt es eine Serie an Videos zu einer längst vergessenen Welt und nicht zum Redstone-Bunker. Bevor jetzt alle von euch anfangen meckern zu werden, nein, warte mal, anfangen zu meckern, genau, bevor jetzt alle von euch anfangen zu meckern, werden ohne werden, warum es denn keine Redstone-Bunker-Folgen gibt. Folgendes, ich möchte gerne jetzt die Zeit, die ich jetzt dadurch gewonnen habe, dass es die nächsten Tage diese Folgen gibt, zu diesem besonderen Projekt, was ich euch gleich zeigen werde, nutzen im Redstone-Bunker, um einige Fehler auszubessern und einige Sachen fertigzustellen, so, dass wir auch unseren Zeitplan einhalten können und zu Heiligabend der Redstone-Bunker fertig ist. Denn das ist ja mein Ziel. Ich hoffe, ich schaffe es. Deshalb werde ich jetzt erstmal keine Aufnahmen vom Redstone-Bunker machen, sondern werde mich jetzt privat hinsetzen und dann wirklich alle Zeit nutzen, die ich freizeitlich für Minecraft habe, habe, um im Redstone-Bunker bauen zu können. Ich glaube, das ist für uns alle klar. So, was gibt es denn? Und zwar, es gibt was Besonderes. Ab morgen dann auch mit Download, und zwar die Redstone-World. Für alle, die es nicht wissen, was ist die Redstone-World? Die Redstone-World ist der Redstone-Bunker nur zehnmal größer und mit Command-Blöcken erlaubt. Die Redstone-World ist die erste große Welt in Minecraft, die ich gebaut habe. Pure Redstone-Technik. Wenn ihr glaubt, im Redstone-Bunker steckt viel Arbeit, dann wisst ihr nicht, was hier an Arbeit drinsteckt. Denn Redstone-Bunker hoch zwei, drei, vier, fünfmal. Also, hier ist so viel Arbeit drin. Diese Welt ist über mehrere Jahre entstanden. Und ist, ja, also, wenn ihr mich mögt und mich kennt und diese Welt nicht kennt, dann habt ihr was falsch gemacht. Denn ihr müsst diese Welt kennen, vor allem, wenn ihr das toll findet, was ich so mache. Denn alles, was ich kann und Redstone, alles, was ich euch beibringen und gezeigt habe, ist in dieser Welt entstanden. Es ist die Redstone-World, die hat mich zu dem Redstone-Typen gemacht, der ich heute bin. Diese Welt hat mich zu dem YouTuber gemacht, der ich bin. Also, ihr merkt schon, die Welt ist wichtig. Und die Welt funktionierte irgendwann nicht mehr, denn die Spielregeln dieser Welt sind nämlich, alles mit Redstone umsetzen, aber was man nicht mit Redstone schafft, darf man mit Commands machen. Und irgendwann funktionierte die Welt von vorne bis hinten nicht mehr wegen den ganzen Updaten und so. Zum Beispiel dieser Fahrstuhl. Hier war so ein Fahrstuhl, wo man dann nach oben fahren konnte. Und dann gab es da Bahnsysteme, die mit Command-Blocks etwas funktionierten. Es gab Redstone-Schaltungen, die nicht mehr funktionierten. Also, die ganze Welt war irgendwie kaputt. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, in der Welt zu spielen. Sehr, sehr schade eigentlich. Und keiner von euch guckt sich diese Welt gerne an, weil man halt eine alte Minecraft-Version braucht. Und nicht alles genau verstanden haben, wie das so funktioniert. Ja, sie ist in Vergessenheit geraten und plötzlich ist sie wieder da. Und zwar haben wir das zu verdanken. Bonecrafter, 1, 2, 3, so heißt das Spiel. Beziehungsweise nur Bonecrafter. Er hat nämlich die Welt geupdatet. Er hat sehr viel Arbeit hier reingesteckt und hat die gesamte Welt neu gemacht. Also nicht neu gemacht, also geupdatet. Auf die neueste Version aktuell 1.12.2. Und ab morgen gibt es dann auch den Download zu dieser Welt auf meiner Webseite, so dass ihr euch jetzt selber die Welt downloaden könnt. Und dann gibt es ein sehr ausführliches Review, wo ich nochmal alles in dieser Welt zeige. Und wenn ihr glaubt, das ist wenig, dann liegt ihr ganz schön falsch. Denn da ist echt sehr, sehr, sehr viel. Das ist sehr, 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 sehr viel zu erkunden, weil das eine sehr, sehr große Welt ist. Und wenn ihr den Redstone-Bunker toll findet, das wird euch Spaß machen. Das wird euch richtig Spaß machen, weil die Welt richtig cool ist. Also, ich verspreche es euch und ich werde mein Versprechen einhalten. Die Welt wird geil und ist geil und ihr werdet es toll finden. Daher seid nicht böse, dass die nächsten Tage keine Folgen Redstone-Bunker kommt. Dafür habe ich etwas anderes, mindestens genauso Cooles für euch. Natürlich, wenn auch nicht, fast schon etwas Cooler, aber der Redstone-Bunker ist auch in seiner Art ziemlich cool. Und ich nutze jetzt die Zeit, die ich jetzt gewonnen habe, dadurch, dass ich jetzt, ich habe das Review jetzt alle schon fertig. Ich habe das jetzt aufgeteilt in Parts und lade diese Parts dann jetzt in den nächsten Tagen hoch. Habe dadurch jetzt Zeit gewonnen, indem ich normalerweise YouTubes Video mache. Und in dieser Zeit setze ich mich effektiv hin und baue am Redstone-Bunker weiter, so dass wir den bis zu Heiligabend fertigstellen. Also, wünsche ich euch frohe Weihnachtstage und es ist Nacht geworden hier in dieser Welt. In Real Life weiß ich ja nicht, wann ihr gerade dieses Video guckt. Also, morgen Donnerstag, der 14.12. sollte es losgehen mit den Videos. Und ab dann gibt es dann auch hoffentlich die Welt zum Download. Wenn mir alles gelingt, das ist organisatorisch für mich die Hölle. Weil Mittwoch und Donnerstag bei mir vollgepfropft sind. Das muss ich wahrscheinlich, ich muss den Download und das Video irgendwie wahrscheinlich mit dem Laptop aus dem Hörsaal freigeben. Keine Ahnung. Wenn ihr irgendwie Mathe studiert und einen Typen mit dem Laptop seht, der gerade auf YouTube rummacht, ja, dann lasst ihn in Ruhe, weil das bin ich dann, der dann gerade eine Menge zu organisieren hat. Also, soviel dazu. Und wenn ihr sonst nicht wisst, was ihr gucken wollt, dann klickt doch einfach in der Endcard das empfohlene Video an. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.